So, ich glaube, wir sind schon näher. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Zuallererst natürlich frohes neues Jahr an die gesamte Gemeinschaft. Und wir beginnen heute das frische neue Jahr mit der Wetterauslosung wengen, welches wir am 15.01. dann zur gewohnten Zeit, Donnerstagsabends 19 Uhr bis 23 Uhr, ja, absolvieren werden. So, holt mal wieder auf unseren Topf. Da hat sich nichts geändert in diesem Jahr. Gut durchmischen. Und das Wetter für Wengen wird sein Spannung, Spannung, Spannung. Oh, es wird ein gutes Jahr. Wir fahren auf Sonne. Das muss ins Bild, sonst glaubt mir das keiner. Der Gegencheck. Kein Neuschnee. Und natürlich dann auch kein Eis. Alles richtig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren und noch eine gute Zeit. Man sieht sich dann auf der Piste. Tschüss. Ausatmung. Los, da hab' und seltsam.